Heute habe ich dieses Gadget für euch. Es nennt sich Talking Picture Frame zu deutsch, sprechender Bilderrahmen und kostet 12,90 Euro. Und so sieht das Ganze ohne Verpackung aus. Der Bilderrahmen sieht zwar etwas aus, als wäre er mit Metall umrandet, ist aber leider nur aus Kunststoff. Auf der Unterseite befindet sich der Knopf, mit dem man später die aufgesprochene Nachricht abhören kann. Auf der Rückseite befindet sich der Lautsprecher, außerdem das Batteriefach und das Mikrofon. Kommen wir nun aber endlich zum spannenden Teil, und zwar der Aufnahme. Das funktioniert auf der Rückseite mit dem Rekordknopf. Drückt man diesen, leuchtet eine kleine LED auf. Das zeigt, dass der Ton nun aufgenommen wird. Später kann man die aufgenommene Nachricht auf der Vorderseite mit einem Knopfdruck abhören. Und das Ganze funktioniert auch wirklich sehr gut. Das ist eine kleine Testaufnahme, um den auszudämonieren. Und nun zum Fazit von diesem Gadget. Den sprechenden Bilderrahmen. Insgesamt finde ich dieses Gadget zwar ganz witzig, mit einem Preis von 12,90 Euro ist das Ganze aber sehr teuer. Und auch die Verarbeitung könnte besser sein. Der Sound konnte mich nicht überzeugen. Er hört sich sehr blechern und sehr billig an. Ansonsten ist dieses Gadget aber eine sehr witzige Idee. Wenn man das Ganze noch ein bisschen besser umsetzen könnte, würde ich dieses auch weiterempfehlen. Das ist ein bisschen besser.